Ich sage hier eins ganz klar, wenn eine Befragung, Vernehmung in Russland, in Moskau oder sonst wo in Russland stattfinden sollte, dann müssten die Bedingungen alle mit der russischen Regierung abgesprochen werden, weil ein hoheitliches Tätigwerden der Bundesanwaltschaft oder auch des Deutschen Bundestages in Russland ist nur möglich mit Zustimmung und in allen Einzelheiten abgesprochen mit den US-Behörden. Vielen Dank.